so liebe leute ja 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 stresst mich mal nicht so damit dann werden sie willkommen zurück zu machen wir sollen unseren freund mal heraus locken wo ist der kollege irgendwo hier muss er aus sei erledige san angelo das ist die nächste part da scheint wohl was zu kommen ja leck mich doch am arsch da stehen die besser neben mir ich kann nichts machen aber okay das passiert der wollte mich nicht wollte nicht heilen ich habe auch nur scheiße gemacht ich kletter ich sag erst aufs auto dann das ist scheißegal ja bis jetzt irgendwann hoffentlich noch mal auftauchen das sind ja irgendwo hier muss er auch sein da ist er die polizei ist klar alter die jagen mich und ich muss es wieder aus bad oder was die drecksbohlen im french ward soll mich in ruhe lassen jetzt bin ich natürlich wieder neues aus gar nichts ich brauche freundlich jetzt erstmal neues auto jetzt muss ich die jungs wieder suchen und wir tauchen sie wieder auf jetzt gerade ja ja Ich chill lieber eine runde mann gehen wir nicht auf den psalter gibt es einfach alle gleichzeitig auch gesagt Weil er fand ich auf die leute zieht oder einfach wartet doch ich muss auch woanders drauf schießt aber wisst nicht auf das ding Wodrauch ich eigentlich habe ich wollte den typen schon direkt vor mir er stammt Scheiße Ich hasse so was wenn ich das einfach nicht will wie ich das immer will und schaut dass er einfach weiterläuft Wir müssen in deckung gehen Achtung an alle einheiten gemeldet wurde ein gestohlenes auto Ich bin im french ward und werde die verdammten kleppen einfach nicht los Verstehe So muss jetzt wieder auftauchen ne Das geht mir so auf den piss ey Du schließt an einer scheiß straßen erter du kommst nicht da raus Ey du hast drei mann um dich rum du kommst da einfach nicht raus wenn die auf die ganze nur auf die schießen Man ich will die typen haben Das ist jetzt gerade das schlimmste was jetzt gerade passiert dieser mission So jetzt müssen wir sie wieder raus locken Das dauert eigentlich nur ne Weile bis der wieder auftaucht Ja vor allem habe ich gar keine Waffen So jetzt muss ich gehen Es ist zum kotzen gerade Es ist zum kotzen gerade Es ist zum kotzen gerade Ich brauch munitionen kriegt die nicht hin Ah man! Huuu! Huuu! Ah, ich hab nur noch 3 Schuss oder so. Ich bin in der Innenstadt und bräuchte Nachschulen. Bin gleich da! So, jetzt müsste ich die Waffe noch. Hierher! Ich brauche Munizonen, Alter. Verdammt, das ist einer nicht. Okay, zeig was du auf Lager hast. Ich brauche Munizonen. Du bist zufrieden damit. Du bist zufrieden damit. Ja. So, das ist... Ach man! Ah man! Und kletter mir! Jetzt klappt das mit dem Richter nicht in der ersten Folge. Jetzt klappt das mit dem Typen nicht mehr. Ich will dieses nicht komisch finden. Ich glaube das auch irgendwann mal durchkriegen. ... 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 ich glaube ich habe ihn gesehen sollte woanders suchen ja krass schön der video ist einer hinter mir der chipt damit kommen die meinte mir vorbei so die war verwechselt waren immer wenn ich den typen ich hab den typen schon vor mir und ich kriege es nicht hin weil immer wieder eine irgendwie aus dem hinterhalt vorbei kommen die polizei ich werde 22 millionen leuten angeschossen das interessiert ihn nicht aber wenig gibt man schon böse böse der muss der muss geschraubt werden die hat eine kugel gehörten obwohl auf ihn geschossen wurde zu vermischen ist wieder natürlich ich hab gar nichts getan leute ja hoch legt mich doch am arsch ich habe nichts gemacht ich komme aus dem chef polizei wo die zeugen des verbrechens die hat geatmet der böse hat geatmet das ist ja dann geht mir nicht kommen hier spielt mit mir ihr fixer kommt tötet mich tötet mich tötet mich ich muss ja alles gut mein gott passiert die zeit fällt folgen aber sowas ärgert mich dann halt auch irgendwie wenn ich die ganze zeit wirklich ich hab den tüfen vor mir ich weiß nicht auf einmal sport einer hinter mir und gibt mir das schrot für deinen mit irgendwie hat dieses spiel gerade kein bock auf mich ich kann nichts tun wir haben nichts hinbekommen heute wir haben das dato nichts hinbekommen ich hab doch nichts gemacht leute lasst mich doch in ruhe wo bleibt der typ wir haben wir das letzte leuten oder letzte kapu vor dem big boss vor sel makano das kommt dann ich frage es von wo kommt der ja 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 leck mich doch du bleibst da draußen stehen der stoppe du bleibst einfach da draußen rumstehen ich hatte den typ ich hatte ihn ich hatte ihn der hat um ihren headshot gefressen nein hatte ihn nicht hatte ihn nicht da hat nur die kürze geworden ich hacke mich doch gerade einfach auf diese mission ab ey da dieses spiel geht mir manchmal echt auf den sack gerade ja weil sie entweder wollen die scheiß cops die ganze an mich auf den sack nehmen oder ich krieg die typen nicht die fahren in die karre rein und der bleibt einfach stehen gut dann probieren wir es halten in der nächsten folge nochmal tschüss